Okay, meine Damen und Herren, willkommen zurück. Heute wollen wir Rollen verteilen und dazu brauchen wir selbstverständlich erstmal eine Rolle, die wir verteilen können. Das heißt, wir wechseln mal ganz kurz hier auf den Discord-Server und gehen in die Server-Settings und erstellen uns eine Rolle, die nennt sich, ähm, zum Verteilen. So, und diese Rolle, ähm, ja, das ist keine spezielle Rolle, die kann eigentlich nicht so besonders viel. Wir wollen sie eigentlich nur vergeben. Was wir damit machen können, das sehen wir dann in dem Praxisprojekt, das wir dann beim nächsten Mal machen werden. So, ähm, wir switchen mal wieder auf unseren Code und wir wollen die Rolle einfach verteilen bei On-Member-Update, das ist okay für mich in diesem Fall, und sagen jetzt hier, okay, wir wollen die Rolle haben. Ähm, wie kriegen wir, wie können wir das machen? Und das können wir relativ einfach machen. Wir wollen natürlich den User oder den Member Before, Update bzw. After ist ja derselbe eigentlich, ähm, und das machen wir mit der Funktion AddRolls, okay? Das ist eine Funktion, mit der könnt ihr, achso ja, die muss man natürlich awaiten, ähm, und mit der könnt ihr Rollen verteilen. So, und jetzt haben wir natürlich hier das Problem, wir, wie kriegen wir denn die Rolle, die er haben soll? Also, ich meine, wir brauchen die Rolle, ähm, die wir hier verteilen wollen, sprich die Rolle zum Verteilen. Das Problem ist, wir können keine Rolle erstellen, also kein Objekt vom Typ Rolle, weil wir die ID nicht wissen. Und die ID ist unfassbar wichtig. Das heißt, wir müssen zunächst einmal uns die Rolle besorgen. Und Rolls ist immer eine Liste, das heißt, wir brauchen hier eine Liste aus Rollen, bzw. diese eine Rolle, die wir eben haben wollen. So, und die bekommen wir über eine Hilfsfunktion von Discord. Das heißt, wir benutzen hier Discord.utils und dort gibt es eine Funktion drin, die nennt sich Get. Und Get ist eine extrem mächtige Funktion, die kann quasi alles. Die kann euch alle Member suchen, die kann euch alle Rollen suchen und so weiter und so fort. Sie geht einfach da durch und filtert den kompletten Server zum Beispiel oder alles, was ihr eingebt, Alles, was ihr da quasi reinfiltert, ähm, filtert die für euch durch. In unserem Fall wollen wir alle Rollen durchgehen, halt, stopp, ähm, sprich After, ähm, Punkt Guild. Das ist die, der Server, wo wir quasi drauf sind. Also das ist jetzt quasi unser Server. Und in unserem Server sind natürlich alle verfügbaren Rollen gespeichert, ja. Das heißt, wir gehen jetzt her und sagen, hey, such mir bitte alle Rollen raus. Und in diesem Fall wollen wir aber nur, also filter mal bitte alle raus, die nicht den Namen zum Verteilen haben. Ich glaube, ich habe es so geschrieben, nicht wahr? So, lasst mich das kurz gucken. Ähm, Rolls zum Verteilen, ja genau. Also es muss natürlich auch richtig geschrieben sein, sonst funktioniert das nicht. Aber in meinem Fall relativ einfach zum Verteilen und das ist jetzt die Rolle, die ich haben möchte. Sprich, wenn ich diesen Bot jetzt hier laufen lasse, kann ich mir die Rolle zum Verteilen zuweisen auf den User After. Wunderbar, ähm, und das machen wir, indem wir hier einmal ganz kurz unseren Status ändern. So, erstmal auf Idle setzen, dann auf Do Not Disturb setzen. Ähm, und dann schauen wir einfach mal. Ähm, es ist nichts hier ausgegeben worden. Klar, wir haben auch nichts geprintet oder sowas. Aber wir gucken mal nach, was wir jetzt für eine Rolle haben. Das heißt, wir gehen in die Server Settings und wir gehen in die Member rein. Und wir sehen, ich habe plötzlich die Rolle zum Verteilen bekommen. Wunderbar, so soll das natürlich auch sein. Ich habe die Rolle nochmal bekommen, weil ich natürlich jetzt hier versucht habe, zweimal mir die Rolle zu geben. Das heißt, man muss eigentlich schauen, ob der User schon die Rolle hat. Ansonsten wird sie einfach mehrfach zugewiesen, okay? Ähm, das bedeutet, wir können nicht sagen, hey, ähm, gibt die Rolle jedem einfach so, ähm, sonst wird es einfach nochmal zugewiesen. Ihr seht, es passiert die ganze Zeit. Warum passiert es jetzt die ganze Zeit, ist eigentlich relativ simpel, weil ich jedes Mal meinen User verändere. Wenn ich ihm die Rolle entferne, verändere ich meinen User. Und diese Funktion hier, naja, die wird ausgeführt, wenn ein User verändert wird, okay? Ähm, ja, das ist halt der besondere Fall hier. Ein On-Member-Update fügt eine Rolle hinzu. Eine Rolle zu entfernen ist ein Update, also wird jedes Mal dieser Effekt hier ausgeführt. Ziemlich doof, aber, ähm, ja. Nächstes Mal wollen wir das Ganze wirklich zum Einsatz bringen. Und ich denke, wir haben ein ganz gutes Praxisprojekt. Ähm, und ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.